Also ich habe Beine wie ein Reh, ich sage es wie es ist. Ja, ich auch. Aber es ist doch schön, der Christoph hat schöne Beine. Ich kenne sie, ich darf das sagen, Christoph und ich sind uns privat auch schon sehr nah gekommen. Nahezu unangenehm nah und er hat sehr schöne Beine. Das kann man doch als Mann auch mal sagen, als metrosexueller Mann, der wir beide ja sind. Kann man doch mal sagen, mein Gott hat der tolle Beine und der Niklas.